Und da sind wir wieder zurück zu einem neuen Fable-Part. Wir nehmen jetzt die Quest an der Weiße Belverine. Ohne Großtat, weil wir sind eh zu blöd dafür. Und jo, teleportieren wir uns hin. Beziehungsweise in die Nähe. Oh, Nordholdgate. Ah, okay, wir müssen auf diese komische Insel darüber. So. Na, hör auf. So. Ja, das reagiert manchmal komisch. Räuber. Räuber. Macht euch bereit. Oh, der ist geltert. Kopf hoch. So ist es eben. Jetzt mache ich schon wieder was, was spricht. Ich muss das unbedingt umlegen. Macht euren Frick. Was? Lasst mich einfach. Okay, das mit Umschalten ist sehr blöd. Vor allem, wenn die Maus kaputt ist. Weil mein Mausrad geht nicht. Schaut her, wenn ich nämlich... Ich scrolle nur in eine Richtung, aber es springt immer wieder zurück. Das ist das Problem, was ich habe. Wollt ihr aufgesetzt werden? Haltet eure Augen... Ist er! Hört auf zu jammern! Na komm, das gibt's ja nichts. Was sind das für Räuber? Das müssen die Räuber-Chefs sein. Lasst mich! Und meine Miete habe ich noch immer nicht bekommen. Da war dieses Wugerl. Witchwatch-Steine wieder. Wo wir Shit eingeben haben und auf einmal sind die... Wehrwölfe da kommen. Diese Patrouille ist langweilig. Nie passiert irgendwas. Wisst ihr, was ich meine? Nicht mal ein Babyhop behelligt uns. Haltet nach Räubernausschau. Ja, okay. Bitte kommt und helft meiner Frau! Ein... Na, wo ist deine Frau? Hier drüben! Bitte vergebt mir! Ja? 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 Kommt's mit? Hilfe gefällig? Kopf hoch! So ist es eben! Mach ihn alle! Kämpf! Ja! Sehr gut gemacht! Macht euch bereit! Okay! Das sind alles ziemlich stark eigentlich, ist das! Okay, passt! Hört auf zu jammern! Ich verreicht! Ja! 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 Außerdem haben wir wieder getkilled weg. Lasst mich! Da. Und jetzt? Sie haben mich gezwungen, euch auszutricksen. Ich konnte gar nichts, aber danke, dass ihr mir die Gunst des Zweifels gewährt. Hier, nehmt das für eure Großzügigkeit. Naja, wenigstens war's. Sei froh, dass ich gut bin, weil wenn ich böse spiele, wärst schon weg vom Fenster, du kleiner Narr. Licht aus, ihr garstige Bande! So, ich glaube wir sind der Quest nahe. Hey! Hallo? Hallo, Erhabener! Oh, das ist cool. Nur die Dinger... Dings. Na, lass ich mal vielleicht machen. Händler! Hallo! 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 Hallo, Verpackte! Mein Lord, wir sind wirklich von den Göttern. Ein Anführer unter den Menschen. Rupieren wir's noch einmal, ha? Komm, 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 komm. Da hinten steht er und freut sich, dass ich's nicht geschafft hab. Folge mir! Da, ja! Tja! Jey! Ja, ha ha ho! Ich hab auf 3 gedrückt. Na. Leißt du was an? Das hört auf, so schnell kann ich gar nicht reagieren. Und ich ärgere mich immer über das Angeln. Ich hasse Angeln. In echt. Und ich hasse in Spiele. Ja, wir haben es. Ja. Inskraft, mäster Elixir. Ja. 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 Ah, da haben wir jetzt die Quest. Das war ein schiefes Geräusch irgendwie. Oh, da kämpfen wir jetzt nicht. Seid leise. Bitte lasst uns. Wir sterben hier drauf. Seid leise. Bitte lasst uns rein. Wie könnt ihr das tun? Wir sterben hier drauf. Die bringen uns alle um. Nein, nein, das kriegen wir schon immer hin. Neise! Wie könnt ihr das tun? Und stirb! Wie könnt ihr das tun? Peter, ich will nicht sterben. Oh, ist gut. Na gut. Oh, na gut. Oh, na gut. Auch kein Bache gestorben, Dressen. Ich nehme an, es ist jetzt sicher genug, um euch hereinzulassen. Beeilt euch, da draußen könnten noch mehr sein. Sind hier noch drei Leute jetzt gestorben? Verdammte Balverine, in all den Jahren als Anführer ist mir sowas nicht untergekommen. Nein. Wir hätten vielleicht eine Chance gehabt, aber diese Biester gehorchen einem weißen Balverine. Er stampft in unser Dorf und tötet, was er will. Jetzt höre ich was. Er scheint die Lagerhäuser anzugreifen am Fuß dieses Hügels. Die Folie, Schock. Komm, du schirbst, geil. Okay, er will weglaufen. Die Haut dieses Viehs ist zu stark, selbst für euch. Nein, ist es nicht. Es gab einmal einen großen Jäger in Nothole Glade. Er starb im Kampf gegen den letzten weißen Balverine. Seine Frau lebt immer noch in einem dieser Häuser oben auf dem Hügel. Falls jemand weiß, wie man das verdammte Ding verletzen kann, dann sie. Ey! Ey! Wow! Eigentlich will ich ja den Balverine töten. Aber ich verstehe jetzt nicht ganz, wo ich hin muss. Rauf, ne? Was ist da wahrscheinlich drin? Hallo? Oh, das ist eine Drohe. Oh, Stiefeln. Dann haben wir wieder was cooles bekommen. Ja, und wo ist die jetzt? Komm bitte. Vielleicht kann ich in die Taverne mal schlafen. Vielleicht kommt die erst am nächsten Tag. Bad ist schon wieder. Ihr müsst mit der Frau des Jägers am oberen Ende der Stadt sprechen. Oh, ja! Oh, ja! Oh, das ist noch eine Drohe. Das ist noch eine Drohe. Okay, entweder kommt sie wirklich erst später. Aber ich habe auch nirgends so eine Taverne, wo ich geschlafen gehen könnte. Natürlich äußerst unpraktisch. Das ist noch eine Drohe. Das ist noch eine Drohe. Das verdammte Ding hat nur auf euch gewartet. Woher wusste es bloß, wohin wir wollten? Ah, okay. Er war wieder hier, stimmt's? Ich will ihm nicht wehtun, aber dieses Mal ist er zu weit gegangen. Wovon zum Teufel redet ihr da? Von dem weißen Belverine. Er ist mein Ehemann. Jedenfalls war er das mal. Er wurde von dem Belverine gebissen und hat sich langsam in die Kreatur verwandelt, die er so lange gejagt hatte. Eine Zeit lang hatte er sich unter Kontrolle, aber jetzt ist alles, was von meinem Mann noch übrig blieb, tot. Das ist das Stadthorn. Er greift anscheinend wieder an. Mein Mann benutzte Silberwaffen, um den letzten weißen Belverine zu jagen. Bitte nehmt das. Er löst ihn. Silberverstärkung, die kann ich ja nicht in meine Waffe reingeben. Die hat ja keinen Platz für Verstärkungen. Schauen wir mal nach. Ich weiß nicht, wo das drin ist. Der Belverine wird uns wohl nicht nochmal so schnell angreifen. Wir haben ihn verjagt. Wir können ihn verletzen und töten. Man sagt, er lebt am Witschwutsee. Bringt mir sein Fell, dann belohne ich euch. Am Witschwutsee. Okay, bitte gerne, gehen wir hin, holen uns den Idioten. Das ist ja kein Problem. Da ist noch eine Türe. Moment. Könnt ihr mein Antlitz mit einem Pfeil treffen? Geh ich für euch auf. Okay. Könnt ihr nicht mehr schaden? Könnt ihr nicht mehr schaden anrichten? Okay, da brauchen wir stärkere Ambrüstchen oder einen Bogen. Und die haben ja schon seit Anfang an die Ambrüstchen. Aber die benutzen wir halt nie. Wer braucht denn sowas? Witschwutsee. Da lebt er also. Da lebt er. Witschwutsee. Witschwutsee. Witschwut. Witschwutsee. Schau, immer wenn ich drücke, schlägt er mich, da wüscht er mich, das Aschloch. Da ist eine Ruhe. Da ist eine Ruhe. Dann machen wir in Ruhe mal die Tür auf. Flammenverstärkung. Schaffst das nicht alleine. Dann machen wir mal die Tür. Ich hab kein Leben mehr. Jetzt muss ich das praktisch angehen. Das war auch ein ungünstiger Zeitpunkt zum Ausgehen. Oh Gott, hol wieder welche. Ja, genau. Scheiße, ich weiß nicht ob ich durch überlebe. Obwohl ich hab noch Wiederbelebungsfiolen. Ja, genau. Ja, genau. Stirb. So, wir haben es geschafft, wir haben es tatsächlich noch überlebt ohne Heilung. Jetzt ist die Heilung wieder da. Soll es ein Scherz sein? Soll das ein Scherz sein? Das muss ich jetzt nachschauen. Nein, tatsächlich. Okay, ich hab schon geglaubt. Ich hab schon geglaubt. Das wär auch was gewesen. Okay, ich muss unbedingt Nahrung kaufen. Aber warum bekomm ich keine Miete? Das versteh ich nicht. Da werd ich dann nachher kurz nach Oakwell schauen. Und das rausfinden. Ich hoffe, es gefällt euch hier einigermaßen. Ah, ihr seid zurück und unverletzt. Wir haben das Geheul gehört und schon das Schlimmste befürchtet. Aber ihr habt die Bestie besiegt. Ein Held von eurem Format verdient die Ehre, in der Arena kämpfen zu dürfen. Eure Nominierung sollte bereits in der Gilde auf euch warten. Oh, apropos Gilde. Sie haben euch diesen Brief nachgesandt. Von eurer Schwester. Ich hoffe, es sind gute Neuigkeiten. Yeah. Der mächtigste von allen. So, was haben wir denn da? So, was ist da gestanden? Plus... Plus 22. Das kauf ich jetzt. So. Die Arena ist brutal und gefährlich. Ihr müsst hart kämpfen. Ha! Bin wieder Hände um. Ich glaube, sie können euch ein besonderes Angebot unterbreiten. So. Waffen. Nahkampfwaffen. Äh... Stahl-Axt will ich gern verkaufen. Wieder nicht. Okay, dann das Obsidian-Axt. Und Obsidian... Ihr habt den weißen Belverin getötet. Ja. Ich weiß, ich habe ihn getötet. Vielleicht gibt es auch noch Rüstung. Ah, okay. Da kann man... Jetzt haben wir Silber verstärken. Yeah. Das ist immer cool. Da freut er sich. So, kaufen. Gibt es Rüstung? Bessere. Was kostet das? Ui, das ist viel zu teuer. Das kann ich oder weil... Ich kauf's. Ich kauf's. Ich hab noch eine Lederbrust. Ich brauch die. Ich brauch's. So. Kleidung. Oberkörper. Panzerhemd. Schwerter, Äxte, Schilde, Rüstungen. Was hat der? Tätowierer. Okay, da bringt uns aber nichts. Obwohl, ich lass mich ein bisschen attraktiver machen vielleicht. Irgendwas, was mich attraktiver macht. Was ist da? So, Licht etabliert auch. Und jetzt fehlt nur noch ein einziges. Was am besten schmeckt, bitte. Ein Bier, wenn's recht ist. Stehe zu Diensten. Nahrung. Ja. Okay. Kaufen wir das ganze Essen auf. Bier auch. Bier kaufen wir auch alles auf. Ja. Die Taverne. Einfach großartig. Was? Zeit ergeben. Okay, Bier hätt ich nicht kaufen sollen. Scheiß drauf. Die Geschäfte schließen jetzt. Oh, die Geschäfte schließen jetzt. Dann gehen wir wieder in die Heldengilde, würde ich sagen. In the Heldengilde, in the Haldengilde. Schauen wir mal, vielleicht wieder eine Aufrüstung. ob wir irgendwas verbessern können. Ich glaube aber nicht. Ja, da brauche ich einiges. Zähigkeit könnte ich nur steigern, aber das ist... Ich will lieber den Körperbau. Was haben wir da? Händlermassaker, das mache ich sicher nicht. Die Arena hätten wir nur... Naja, ich würde sagen, Bad lassen wir auch wieder kurz. Und wir sehen uns eben im nächsten Part. Euer Zlabus. Tschüss, danke schön.